Letzten Sonntag habe ich dieses Video hochgeladen, wo es um den Fußball in Grönland ging. Nachdem ich dieses Video veröffentlicht habe, kam in den Kommentaren vermehrt den Wunsch, dass ich mehr über solche Länder, die nicht Mitglied in der FIFA sind, sprechen sollte. Als ich dann gefragt habe, welches Land denn als nächstes machen soll, haben viele in den Kommentaren und auch auf Instagram geschrieben, dass ich mal was zum Fußball im Vatikan machen soll. Anfangs dachte ich, nee, das sei kein gutes Thema und dass es dazu kaum interessante Informationen gibt. Trotzdem habt ihr es euch immer wieder gewünscht und ich habe versucht, mich mehr mit diesem Zwergstaat zu beschäftigen und deren Fußball. Und wenn meine Recherchen erfolgreich waren, dann seht ihr hoffentlich dieses Video. Was ist der Vatikan? Wo liegt dieser und was macht ihn so besonders? Der Staat Vatikanstaat ist ein katholisch geprägtes Land und liegt in Europa. Genau hier. Könnt ihr ihn nicht erkennen? Dann zoome ich mal ran. Der Staat Vatikanstaat ist eine klitzekleine Enklave mitten in der italienischen Hauptstadt Rom. Dieses Land ist nur 0,44 Quadratkilometer groß und hat auch deshalb nur eine Bevölkerung von 825 Einwohnern, wovon 100% männlich und katholisch sind. Der Staat ist eine absolute Wahlmonarchie, dessen Monarch der Papst ist. Wenn ihr gut im Lateinunterricht seid, dann könnt ihr gerne das Land besuchen, denn die offizielle Amtssprache ist dort Latein. Und wenn ihr diese Sprache nicht könnt, dann ist de facto Italienisch auch möglich. Fun Fact über den Vatikan. Obwohl das Land der kleinste Staat der Welt ist, ist das Land, wenn man die Anzahl der Straftaten in Relation zur Anzahl der Einwohner anguckt, hat der Vatikan die höchste nicht aufgeklärte Kriminalitätsrate der Welt. Der Grund, wieso das so ist, hat eher was mit den Millionen von Besuchern im Land zu tun. Denn da der Staat zu klein ist, kann der Täter, wenn er zum Beispiel eine Handtasche klaut, schneller aus dem Land fliehen. Und es ist danach nahezu unmöglich, diesen Fall noch zu klären. Auch wenn der Staat, Vatikanstaat, der kleinste souveräne Staat auf der ganzen weiten Welt ist, gibt es auch Sportarten im Land, die so beliebt sind, dass sie sogar eine eigene Sportmannschaft haben, die das Land international vertreten sollen. Es gibt einmal den Vatikanischen Leichtathletikverband und es gibt einmal den Vatikanischen Cricket-Nationalmannschaft. Auch wenn der Vatikan ein souveränes Land ist und dennoch das Recht hat, an der Olympia teilzunehmen, sind sie trotzdem kein Mitglied im IOC. Genauso nirgends antreten darf der Vatikan bei einer von der FIFA oder UEFA organisierten Wettbewerbe, da der Fußball im Vatikan nicht international anerkannt ist. Der Fußball und allgemein Sport hat es im Vatikan schon lange gegeben. Schon im 16. Jahrhundert hat man diese Sportart gefeiert und auch ausgeübt. Am 7. Januar 1521 fand im ehemaligen Kirchenstadt unter den aufmerksamen Blick von Papst Leo X eine Partie des Calcio Fiorentino statt, einer traditionellen Sportart, die in Italien noch heute praxisiert wird und aus der sich der moderne Fußball- und Rugby-Sport entwickelt haben. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam dann auch der moderne Fußball im Zwergstart an. 1947 gab es sogar Turniere, die aus Mannschaften von Mitarbeitern des Heiligen Stuhls zusammengestellt wurden. Jedoch gab es keinen Sieger, da wegen eines Streits zwischen Spielern und Zuschauern das Turnier frühzeitig abgebrochen wurde. Mitte der 1960er Jahre wurde dann von Mitarbeitern des Vatikanischen Museen der erste Klub gegründet und 1972 wurde das erste Mal eine Liga ausgespielt. Diese Liga gibt es bis heute noch und der aktuelle Champion der Vatikanischen Meisterschaft heißt Repräsentativa OPBG und der Rekord-Champion ist Dierseco mit insgesamt acht Vatikanischen Meisterschaften. Ein weiterer Fußballwettbewerb im Land ist der Klerikuskappe, der von katholischen Kirchen und Universitäten in Rom geführt wird. Dort ist Kuleggio Urbano mit insgesamt vier Meisterschaften der Rekordsieger des Turniers und gleichzeitig auch der aktuelle Champion des Vatikanischen Cups. Vor allem bekannt wurde dieser Wettbewerb, dass sie bis auf Österreich das einzige Land sind, wo es die blaue Karte gibt. Wenn ihr nicht wisst, was die blaue Karte ist, dann guckt bei meinem Shorts-Video rein, da erläutere ich es genauer. Nicht nur einen Pokal und eine Meisterschaft hat der Vatikan, sondern auch eine Männer- und Frauenfußballnationalmannschaft. Die Nationalmannschaft der Frauen gibt es erst seit Juni 2018, als beim Vatikanischen Familientag sich eine Gruppe von Frauen organisierten, um gegeneinander Fußball zu spielen. Ihr allererstes Länderspiel absolvierten die Frauen am 26. Mai 2019 gegen die Frauenfußballmannschaft der Roma, gegen die man jedoch 0 zu 10 unterging. Man absolvierte noch zwei weitere Spiele, eins davon hat man 4 zu 1 verloren und das andere hat man abgebrochen. Viel aktiver war die Nationalmannschaft der Männer des Vatikans. Die Vatikanische Fußballnationalmannschaft, die eigentlich offiziell vatikanische Mitarbeiter und Fußballvertreter heißen, absolvierte ihr erstes Länderspiel im Jahr 1994 gegen die B-Mannschaft San Marinos, gegen die man 0 zu 0 unentschieden spielte. Der Staat Vatikanstaat ist einer von 8 offiziell anerkannten und unabhängigen Staaten, deren Verband nicht von der FIFA offiziell anerkannt ist. Die anderen sind unter anderem Monaco, Tuvalu, Kiribas, Mikronesien, Nauru, Marschallinseln und Palau. Eigentlich kann man die Vatikanische Fußballauswahl nicht als echte Nationalmannschaft bezeichnen, da es sich dort nicht um echte Profis handelt, noch nicht mal um echte vatikanische Staatsbürger, sondern um Mitarbeiter der Vatikanischen Post, Vatikanischen Museen oder der Schweizer Garde. Auch existiert im Land kein einziger Fußballplatz und noch nicht mal den Platz hat dieses Land, was eine theoretische Mitgliedschaft in der FIFA unmöglich macht. Zwar hat die Auswahl einer eigenen Spielstätte, die jedoch mit 900 Plätzen deutlich zu klein ist und außerdem außerhalb des Staatsgebietes des Vatikans liegt. Wegen diesen eben genannten Gründen ist eine vollwertige Mitgliedschaft in der FIFA absolut unmöglich. Denn wie gesagt, der Vatikan ist ein souveräner, unabhängiger Staat, was eine der wichtigsten Voraussetzungen auf eine Mitgliedschaft ist. Jedoch hat das Land weder ein eigenes Stadion, noch nicht mal den Platz im Land eines zu bauen und auch hat das Land noch nicht mal genug vatikanische Spieler, die spielen könnten. Eigentlich könnten wir das Video damit beenden, aber ich glaube, ihr wollt noch was für Mitarbeiter der Nationalmannschaft des Vatikans wissen. 2010 wurde die vatikanische Mannschaft zur Teilnahme am Viva World Cup eingeladen, mussten aber ablehnen, da sie nicht genug Spieler zusammenbekommen haben. Der Vatikan absolvierte insgesamt 28 Länderspiele, gewann davon 7, spielte 10 Mal unentschieden und verlor 11 Mal. Die meisten Länderspiele absolviert der Vatikan allerdings meistens gegen Freizeittruppen, wie die deutsche Weinelf, Auswahl von UN-Beamten oder österreichische Journalisten. Auch häufig gegen Vereinsmannschaften wie SV Vollmond, FC Scharn und Borussia Mönchengladbach. Eine Kategorie, gegen die der Vatikan auch gerne spielt, sind nationale Auswahl-Truppen, die auch kein Mitglied in der UEFA, FIFA und CONCACAF und so weiter sind. Selten spielt man mal gegen echte Nationalmannschaften, wie gegen Palästina 2011, China 2008 und San Marino B 1994. Weitere Informationen wären, dass das Land ihre Heimspieler hauptsächlich in den Farben der Landesflagge gelb und weiß absolvieren und dass der Vatikan tatsächlich 2010 Giovanni Trapattoni als Nationaltrainer hatten. Einen Platz in der FIFA-Weltrangliste hat das Land aufgrund der Nicht-Mitgliedschaft in der FIFA nicht, aber dafür sind sie in der ELO-Weltrangliste, wo sie auf Platz 219 sind. Der höchste Sieg war gegen Steschi und Canabineri von Rom im Februar 2011 9 zu 1. Die höchste Niederlage war in 4 zu 21 gegen Borussia Mönchengladbach im August 2016 und das höchste Unentschieden war in 7 zu 7 gegen die Welt-Roma-Verband. Der beste Vatikanische Nationalspieler ist Alessandro Quadrat, der zweimal Torschützenkönig in der Vatikanischen Liga wurde und auch Topscorer in der Vatikanischen Herren-Fußball-Nationalmannschaft ist. Ja Leute, jetzt ist auch dieses Video zu Ende. Wir befinden hier den Fußball im Vatikan und was soll ich als nächstes machen? Themen und Meinungen gerne ab damit in den Kommentaren. Wenn ihr das Video über Grönland noch sehen wollt oder das zu blauen Karte im Fußball, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr mehr Fußball-Videos sehen wollt und liked auch gerne dieses Video. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, ihr könnt mir auch ruhig eine DM schreiben. Ich antworte meistens eigentlich immer zurück. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.